oh was ein super level ja super super level mein gott gedenkbrücke jawohl die nahkampfkills habe ich alle kann die mir zwei pistolen mitnehmen um die hier ja warte doch der erste zum ist meiner weit ist meiner wird zum vierter auch wenn er lebt noch haben beide noch du sollst dich auf verbündete schießen okay habe ich eben nicht ja da kommt zum möglich aber anscheinend ich glaube da die brücke meine flasse die zombies und ist ein charger macht ihr da unten also nicht ich habe jetzt auch die treppe hoch bin nämlich gleich oben nee doch ich bin jetzt ja was aber nicht lange rum gehen einfach ist die mission wer war das nicht da war ich wo ich komme hier auf meine fresse ich habe mich so viele eben ja da muss ich auch mal heilen er ja ja das ist aber das sind immer die guten zombies ja wir sind wieder auf uns allein gestellt habe ich kein medifact mitgenommen oder was er ist tot alles klar und sie steht aber wieder auf hinten ist ein smoker also nicht aber geil genau heil mich mal rochelle was ein sinn nehmen wir mal deinen sinn warum du mich heilst also nicht und ich überlebt das länger als sie tut die hoffen also der scheiß zombie mit der kakt ding hier muss die alte hinter dir müssen da hoch müssen auch und da gefallen nicht rechte ich nicht du hast aufgeschossen wo hat er nicht hingestellt wow ja ja sorry rochelle die helfe ich kein meter nicht mehr müssen hier weg wo und mit sie halten der helfe ich nicht mehr und wo ich glaube wir müssen noch weiter runter ja ups sorry nee lang nee wir müssen mal die leiter runter ich kann sie super rücken schießen mach halt die fresse doch Moschell da hat es auch nicht der lässt mich auch nicht durch die kannst du am besten von hinten killen und einfach drauf ballern ich will ja immer durch das man zu mir kommen dass man zu mir kommen alter immerhin weg ich war grad schon fick dich zombie ohne witz und da kann aber du musst dich unbedingt irgendwie heilen ja dann lass mich mal vor ach ja was wieso mit einmal englisch wo bist du hier unten egal kommen ja hast du was schönes kurzen hätte ich schon ganz zeit meiner dass mg ja ich weiß es hat auch nur 200 schuss ja genau und komm jetzt ausgerechnet jetzt noch mal zombies wenn ich grad hoch gehen will ich hab mir ich hab mich ja ich kenne dich aber du kloss das mal so gerne ich weiß dass du heilung brauchst und dann haben wir nicht selber aus der tür raus die blöd naja da sowieso kaum schuss gehabt und spielzeit behalte ich noch ja komm du hast die meute aufgeweckt die idioten fresse auto ja ist mich nicht aber drauf gehauen aber ich kriegst du kriegst sie nix wenn man war an das land geben ich werde verrückt der zombie trägt eine rüstung aber nicht seit heute erst nein das ist schnell schicker flash ehrlich da ist der schutz ich nehme gleich mal ein anderer für ihr ja noch zu naja mache ich zu mörderischer bach ja klar gut ich hatte auch den granatwerfer was was haben wir hier nichts also nicht okay was weiter ja ist klar das war wie immer rufen sie den helikopter den helikopter dann ruf man den helikopter wieso ist das jetzt mit englisch das macht ihr erwarten bis das weg war gerade man scheu ist er wird hier draußen ja wir sollen uns den weg irgendwo hin waren ja wo die pfeile sind hier wo sagt so tot schon dabei sonst den weg dahin bahnen ja alter schwede ich werfe und immer auf ist klar das nette damals ist also du hast unendlich munition meinst du hast unendlich munition einfach nur dass du schießen kannst das sagen sie alle meine frisse wie ist das komm mal hin. hab mir gerade keine Muni mehr gehabt. meins. heilt sie sonst mal schnell. heilt sie sonst mal schnell. ne, das mini-pack ist weg. cha 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 cha. ich kann mich immer heilen. bitte weg. au, tut das weh. heult doch. echt. guck mal, da brennt es. oh tenk, scheiße. ja, nicht aufhören. und tot ist er. gott sei dank. laden nach. alter. meiner. ja. boah. die sparen mir den wegklappen, indem ich sie wegklappe. ja, merk ich. die knüppeln einfach die Zombies weg hier. da hinten ist Munition. ja. cool. machen wir mal nichts. wir brauchen das, wie ich bin. wir brauchen das, wie ich bin. und schocken auch weg damit. bei. eigentlich oben. äh. nachher aus so wie so zorn wie so zorn wie zorn wie zorn wie so zorn wie so zorn akkomm schnell 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 scheiß drauf ficken wo wir es genau werfen das blitter nein naja sagt die kinder wasser ist aufgeholfen endlich mal scheiße ich bin leichter ich bin leichter und komplett ich bin ja genau jetzt bin ich auch noch vom smoker down da ich bin ganz komplett down naja wie gesagt ich sag ich bin weiter ja ja ich habe auch so viele zombies am arsch kleben alter ego ist du ich renne einfach naja macht man wenn sie wenn sie drauf geht sie drauf ist kackegal bei dem level eine katastrophe hätte jockey oder hat diesen smoker marsch aber ende da ging nix mehr geschafft meine frisse da kam noch ein tank weißt du der tank hat jetzt eigentlich so ein stein an die kopter werfen müssen flussläufer naja die jetzt nicht weil ich ja natürlich nicht geliebt habe so ein gedenken an flash ist auch egal wie lange war das jetzt auch nicht lange 34 oh eine minute kürzer als das andere und dann noch mal einen neustart zwischendurch ja what the fuck guck mal wie gierig du bist nach Verbandszeug äh alter wir haben insgesamt noch nicht mal zehn und du du holst ja alle weg ja wieso nicht ich hab sechs boomer gekillt aber sonst war ich die ganze zeit voll schlecht fünf charger fünf jockeys die nachgangskillste kannst du auch nix nachmachen ne ich wollte los für deine mamas hab ich nur gar keine lust drauf ja ich hab 18 weniger verbündete getroffen als du ach ja ne und ich halt am meisten verbündete beschützt ja ne ist klar 1807 zombies wollen bei dieser Filmproduktion verletzen uninteressant kennt ihr rein interessiert's ja jetzt ist left 4 dead zu Ende und dann würden wir mal sagen damit werden wir auch das Projekt jetzt mit der letzten Folge eben und ja sagen bis zu einem anderen Projekt ja tschau tschuuu tschuuu tschuuuus Bis zum nächsten Mal.